Herzlich willkommen bei 21.BauTV, das hieß Bahnsteig 1, BA11 Süd, und da wurde offensichtlich heute betoniert, und zwar eine Deckenplatte für diesen Revisionsschacht, das war so eine quadratische Ausschachtung, der dann an den Revisionskanal andockt, um, wie schon mal besprochen, und auch das Dokument habe ich jetzt gepostet, kann ich auch an dieses Video linken, eventuell mal ein Spannseil zu wechseln, wenn es wirklich nötig wäre. Es sind also Messsensoren drin, und die zeigen das dann an. Hier drüben sehen wir vom Bahnsteig 2 das gleiche Konstrukt. Danke fürs Zuschauen, und bis zum nächsten Mal. Ciao! Danke fürs Zuschauen! Danke fürs Zuschauen!